Jubiläumstage zum Wormser Domjubiläum ein Virtual Reality Projekt bei dem jeder Besucher die Möglichkeit haben soll zwischen diesen beiden Türen dort oben auf einem Holzbalken quasi schwebend auf einer Plattform die Möglichkeit zu haben das mit einer VR-Brille erleben zu können den Blick über Worms auch nach unten zu schauen quasi aufs Dach des Doms und dann drüber hinaus und das wird einem vorkommen wie real das ist das Ziel des Projektes man sitzt im realen in einem geschützten Geländer quasi im Bereich wo einem nichts passieren kann wo man nicht umfallen kann man hält sich an dem Geländer fest und sieht es auch virtuell so dass man den Eindruck hat man ist wirklich real auf dieser Plattform und das Dekanat plant auch noch einen Ballon der an einem Seil hochgelassen wird real wo man dann auch über Worms blicken kann und dann haben dort die Besucher die Möglichkeit einmal ihre realen Ängste in dem Ballon mit den virtuellen Ängsten dann in unserem Projekt zu vergleichen und mal sehen wie das wirkt und was da für Eindrücke entstehen mal sehen also wir versuchen so real wie möglich zu sein es ein hoher Anspruch setzt viele große Anforderungen an die Technologie es wird sehr viel zu Richtung Weihnachten zum Thema Virtual Reality in den Warenhäusern und im Internet Neues geben und wir hoffen dass diese Technologie dann auch für uns dann weiterentwickelt auf höchstem Niveau im nächsten Jahr dann zur Verfügung stehen wird im Juni